Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Minecraft Adventure Map. Wir hören uns morgen wieder. Nein, weiter geht's. Wer wirft denn hier die ganze Zeit einen Stern runter? Gar keiner. Der leckt voll runter den Stein. Ich kann aber einen runtergeworfen. Ja, der wirft immer noch. Der wirft die ganze Zeit. Nein, das ist, der liegt auf einem Block und dann droppt der runter. Ja, nimm den mal weg, Jan. Das nervt aber mal richtig derbar. Soll ich jetzt mal runterspringen oder was? Ja, klar. Jan, tu es nicht. Du bist doch eh fertig, oder nicht? Nein, nein, nein. Achso, warum springst du nicht weiter? Warte auf, Klaus. Ja, und das ihn dann gleich runter schlagen kann, sehe ich jetzt schon kommen. Nein, mach ich doch nicht. Boah, dann ist aber Polen offen, doch. Ja, auf dem Dingens hier gibt's kein Geschlagen, weil hier wär's mies. Das ist fies, Klaus. Guck mal hier über dir. Oh, jetzt gar nicht was? Ja, ja, erstmal Kipp-Pausen hat so. Guck mal hier um die Ecke springen. Äh, fies. Ne, ne, ich warte hier. Ach, Kipp war aus dem Hals. Ja, hast du richtig gehört, Klaus. Na und? Gibt's nicht. In Vasi-TV. Nein! Oh. Oh. Man könnte jetzt so ein Fies-Hix hier runter zu Klaus machen, nicht in der Hunderbox, sondern aber ich bleib trotzdem oben. Das wäre doch mal so ein Mörder. Mhm. 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 Lass das. Du hast es ja gleich sowieso schon geschafft. Ist mir nicht mal weit. Hast mir auch immer geschlagen. Hinter dir ist ja schon der Eingang, ne? Hab mir auch mal geschlagen. Na, hier ist fies. Ich muss Rache nehmen, wie in der Folge von Walking Dead. Und den Typen, ich späh dich ein und lass dich verhungern. Piss an. Ja, wie soll man das denn streamen? Muss ich von da an die Leiter. Korrekt. Aus dem Vlog komm ich nicht, ne? Ne, ich hab mich grad in das Play gesehen. Du fällst runter. Muss da an die Leiter schauen. Ich warte. Da fällt er. Oh, ich seh's. Oh. Oh, das ist angekommen. Er guckt runter. Brauchst du so ein Street Fight machen? So ein High Jump. Du gehst jetzt wieder runter. Ja, ich muss ja in deine Ranch reinkommen. Ja. Er springt auf zu. Lass mich, ich geh wieder zurück. Ich auch. Folge dir. Was? Ja? Kein Problem. Gebt auf? Nein, ich suche diesen Scheiß Stein. Weil der mir auf Piss geht, alter. Okay. Wo ist dieses Hurenteil? Hier oben auf jeden Fall nicht. Hier oben bei uns ist nix. Ich will dann auch von hier nix. Alter, der nervt mal so richtig. Jetzt ist er weg. Denk ich. Ich hab ihn nicht aufgehoben. Oder doch? Ich hab ihn mal aufgehoben. Alter, das ging mal richtig einer auf den Piss. Immer so grün. Da unten. Da unten. Spring doch, du Scheiß-Kastatur, Mann. Oh, 74er. Ey, Klaus. Ich hab's dauernd, ob es gut 74er kommt. Klaus, guck mal. Jan, lass es sein. Ich sag's dir. Was ist denn? Ich weiß sowieso schon, dass du hier wieder grünen Scheißdinger gedreht hast. Lass diesen Dreck jetzt sein, Mann. Das geht einem hier richtig auf den Piss, alter. Schaff lieber die Map und halt die Schnauze. Ich kann grad nicht weiterspringen, hab keine Ausdauer mehr. Naja. Naja. Konstellationen wir dann aufladen. Ich muss mir eine Rute ablassen. Nee, ich brauch, äh, Energie, weißt du? Da müssen wir hin. Da drauf, da drauf, da drauf, da. Ich glaub, ich versuch die Zeit umzuschlagen. Ah, ich bin grad gucken, ich hab schwingen. Ja, wir müssen so lange aufnehmen, bis er, die geschafft hat oder runtergefallen ist. Okay. Bis Klaus es geschafft hat. Jem. Klaus. Wenn er da oben hängt, ist es doch assi, wenn er nochmal von vorne anfangen muss. Nächste Woche. So, Jürgen, schau dir an, gib Gas. Er versteht es nicht, egal. Oh, Klaus hat's geschafft. Nee. Oh, Jürgen, sieh zu, dass du fertig bist. Machen wir jetzt Frieden oder nicht? Ja, Frieden, ich schade nicht. Sicher. Nein, sonst wär das ja fies hier oben. Ja, nächste Woche noch nicht fertig. Trau dir irgendwie nicht. Du wirst nicht. Mein Gott, Jürgen, mach doch einfach weiter. Nein. Ich schweiß ihn hier oben drunter. Nein. Hallo, Klaus. Wunderbar, Brezi. Was ist denn hier gelandet? Jan Portin mal. Wenn ich willst du nicht mehr machen? Hast du eigentlich. Ja, geht's. Oh, ich bin nicht von der Hütter. Na, jetzt fall da runter. Keine. Puh. Und. Zack. Wo sie jetzt den Daumen drauf? Wir verkacken. Ah, ja. Die Tat nix sinkt. Ihr letzter Sprung und ich hab es. Fischer. Und noch Zeit. Oh, jetzt kann man da hinten runterspringen, oder was? Ey, die sind hier böse, du, die ist hier. Oh, nach meinem Geschmack hier, das. Besteht diese Scheidung, die nicht nur aus da hochspringen? Ja. Wie asoziale Dreckskacke. Das wird noch beschissener da oben. Na, ich finde, umso weiter es nach oben ging, umso leicht da wurzt. War ja auch schon ziemlich weit oben. Bei mir haben eben nur noch drei Blöcke gefehlt, oder vier. Der ist runtergefallen, der muss auch mal machen. Ja, ich war fertig, aber egal. Arsch. Was ist jetzt los? Ist aber lange kein Kevin mehr runtergefallen. Nein! Das hat eben gerade so gut geklappt. Oh. Hä? Wohin? Ach, da drüben. Hallo? Nein! Das war so Schweigen gehabt, ey. Ich bin genau vorhin an der Kante dran runtergefallen. Da ist ein Kevin gekommen. Da war ja nicht mehr weit. Hallo, Klaus. Oh. Wenn du einmal raus bist. Ja, das ist es. Ich finde, es gibt nur einen leicht schwersten Sprung. Und das ist dieser Leitersprung. Der Rest ist total simpel. Das ist einfach so. Ich finde das da oben total simpel. Ich frage mal, Jan, wie schnell ich da gerade durchgesprungen bin. Das ist, wenn ich weiter zurückgegangen wäre und ich vorne an der Kante stehen geblieben wäre, dann hätte ich den Sprung auch geschafft. Weil ich vertue mich dann immer mit dem Abspringen, weißt du, Jan? Ja. 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 Dann hätte ich mal mit der Verschwindigkeit geblieben. Boah. Ah ja. Um zwei Jahren geflogen, wie er zum Fummel 1' war, wäre er. Muss ich jetzt hinwarte mal? Nein. Wo Kevin Abgang gemacht hat. Nein! Tschüss. Oh, ey. Oh Mann, sieht's nicht. Also wenn er da gewesen ist, wo ich gewesen bin, dann wäre er tot gewesen. Weil ich bin genau fünf oder sechs Blöcke über dir stehen geblieben und hatte noch ein halbes Herz. Ich bin sogar noch ein bisschen weiter gesprungen. Kann nicht sein. Dann wäre er tot gewesen, weil er genau unten auf der Erde... Nee, weil ich bin zwischendurch auf einen Block drauf gefahren. Ja, dann bist du selber schuld, dass du abgestürzt bist noch. Spring doch! Die Taste ist schon längst gedrückt, aber es passiert nichts. Geht mir so auf den Piss, Alter! Oh! ... 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 An die Leiter oder an den Klotz? An die Leiter, denke ich. Nein! Nein, nicht weit runtergefallen. Nicht weit. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Da an die Leiter wieder. Ein Glück, dass ich nicht so weit runtergefallen bin. Ist das cool gewesen? Nein, aber jetzt. Sehst du? Und da stirbt man. Und jetzt war ich nicht mal da, wo ich vorhin war. Oh, Jan, bohrte mich mal. Warum geht das mit dem Weltsporn nicht? Genau. Jetzt bin ich bei dir, Klasse, Engel. Nein, hier neben uns ist der Dingens. Brauchst du nicht. Oh. Nehmen wir uns, hier ist direkt der Sporn. Der hat da den Sporn hingesetzt, statt hier. Aber bist du auch oben auf dem Dach gelandet? Ne. Jan muss, glaube ich, den Sporn nur nochmal setzen. Dann wird es klappen, aber egal. So, weiter geht es. Aber hier funktioniert es, dass ich meine Sachen auch nicht verliere, wenn ich sterbe. Hat nämlich vorher nicht funktioniert. Ist euch der Schnaufe gefallen? Ja. Oh, jetzt gucke ich nochmal, Kill. Oh, ich bin schon wieder hier draußen, Alter. Fuck, yo, mama, fuck. Ne, ist egal, Jan. Ne, ich mach das jetzt hier. War das jetzt hier schon ordentlich? So, wo sind wir denn hier? 46, 87, 77, so. Wenn man sich den blöden Leitersprung geschaut hat, ist es total einfach, Klaus, ne? Also, finde ich zumindest. Ja, geht anscheinend nicht. Wenn man spawnt jetzt da, oh, gut. Jawohl, hier oben wieder. Ist ja noch nicht weit. Nein! Jawohl. Nicht ganz runtergefallen. Ey, kack. Wer froh denn, Leitersprung? Braut es so nicht machen. Oh, 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 oh. Hä? Oh! Ich bin durchgefallen. So, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten bei Minecraft Adventure Map. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüssi, Kids! Tschüssi, Aufmerch& das ist ein thứ- avons passt in cheap city. Tschüssi, ciao.